Yo, Hi Leute, hier ist euer Mr. Ganschen. Mein Name ist Raphael und ja, willkommen zu meinem nächsten Uploadplan. Gestern kam auch ein Uploadplan, aber nur für den nächsten Tag. Und dieser Uploadplan ist jetzt für drei Tage lang, da sieht es ja einfach wann und wo welches Video rauskommt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag habe ich erstmal gemacht und Freitag mal sehen, was ich da dann mache. Weil bis dahin habe ich jetzt nicht überlegt, also drei Tage lang sieht es einfach, was ich machen werde. Und ihr könnt auch unten in meinen Kommentaren schreiben, wer den Uploadplan gut findet. Wenn ihr den gut findet, dann werde ich eins machen, was für die ganze Woche gilt. Ja, genau. Und ich nehme die Videos auf und lasse immer hoch und dies und das. Also einfach unten in meinen Kommentaren schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017